Ja, hallo, ein frohes neues Jahr wünsche ich euch und herzlich willkommen auf Handball-Talk Niederelbe. Wir waren natürlich mal wieder unterwegs in Sachen Handball. Zwischen den Feiertagen wird unter anderem immer gespielt in der Frauen-Bundesliga. So sollte es auch in Buxude so sein, dass dort gespielt werden sollte. Leider wurde am Spieltag des 30. Dezember die Partie gegen die Kurfalz-Bären abgesagt. Die Kurfalz-Bären konnten nicht rechtzeitig den Corona-Test vorlegen, sodass dann diese Partie nicht stattfinden konnte. Besonders ärgerlich ist es für beide Mannschaften, auch wenn einige Fans natürlich gleich behauptet haben, ja, die hatten bestimmt keine Löhres auf die weite Anreise zwischen den Feiertagen und so weiter. Ja, aber kann ich euch sagen, das stimmt so nicht. Die waren schon auf der Anreise, haben in der Nähe von Buxude übernachtet im Hotel und hätten nur noch einen Katzensprung nach Buxude gehabt und wären sicherlich gut vorbereitet gewesen. Sie wollten unbedingt ihren vorletzten Tabellenplatz in der Frauen-Bundesliga verlassen. Das ist ihnen jetzt nicht gelungen. Wie die Partie jetzt gewertet wird, ob für Buxude oder ob es einen Nachholtermin geben wird, das steht noch nicht fest. Da werden wir uns demnächst mal informieren oder die Pressemeldung verfolgen. Ja, unter anderem haben dann auch die Handball-Luchse, der Aufsteiger in der Bundesliga, Buchholz-Rosengarten, ein Heimspiel gehabt gegen die SG-BBM Bietigheim. Von vornherein hat man gesagt, ja, eigentlich keine Chance. Da kommt eine Startgruppe von Bietigheim, die gespickt ist mit Nationalspielerinnen, die fast alle bei der Handball-EM in Dänemark gespielt haben. Aber auch Buchholz kommt immer besser in die Spiele rein, hat mit einer überragenden Torhüterin, mit der Nummer 1 Mareike Vogel, ein Wahnsinnsrückraum, mit Nathalie Axemann, mit Luis Kronstedt, mit Sarah Lamm, die mega viel Erfahrung hat, mit Fatouj Kukujeldis, die vor der Saison gekommen ist, mit Lisa Boruta, die jetzt wieder zurückgekommen ist, die lange verletzt war, mit Kim Berndt, die auch über mega viel Erfahrung verfügt, mit Marleen Kahnbach, die ausgebildet wurde bei Alcertal und dann über Henschel-Ulsfeuch irgendwann in Buchholz gelandet ist und auch immer besser für ihr Team die Akzente setzen kann. Und nicht zu vergessen, die Jessica Oldenburg, die vor kurzem zum Team gestoßen ist, die lange Zeit in Burgshude gespielt hat, eben eine Nationalspielerin. Nach der Babypause kommt auch immer besser ins Spiel. Ja, so wurde die Partie angefiffen. Die Luchse gingen schnell mit 2 zu 0 und 6 zu 3 und 8 zu 5 in Führung. Und die Fans rieben sich verwundert die Augen. Mega erfolgreich in dieses Spiel gestartet eben. Zum Ende der ersten Halbzeit kam ein kleiner Einbruch. Man konnte aber immer noch ein Tore Rückstand, ein 16 zu 17 zur Halbzeit retten. Das ist schon mal ein Mega-Erfolg. Und jetzt hofften die Fans natürlich an den Bildschirmen zu Hause, dass die Luchse so weitermachen. Leider Gottes gab es in der zweiten Halbzeit denn doch so einen kleinen Einbruch. Es musste natürlich viel durchgewechselt werden, wenn du gegen so eine gute Mannschaft wie Bittichheim spielst, gegen so erfahrene Spielerinnen, dann brauchst du immer wieder frisches Personal. Aber so kam es dann, dass die Abschlussschwäche doch der Buchholzerin deutlich wurde und viele Chancen wirklich vergeben wurden. Das war besonders schade, weil da wäre echt mehr drin gewesen. Die Bittichheimer haben auch nicht ihren besten Tag gewischt. So, dass am Ende stand es dann 23 zu 30. Aber trotzdem Respekt. Und der Verein wird sicherlich in der Bundesliga bleiben. Das hoffen wir alle und das wünschen wir uns auch alle. Das nächste Heimspiel für die Luchse ist übrigens der 16. Januar. Dort gibt es das Derby gegen Buxude. Da werden wir natürlich alle drauf gucken. Da sind wir schon ganz gespannt drauf. Mal sehen, wie diese Partie ausgeht. Ja, und Bittichheim ist doch der nächste Auswärtsgegner von Buxude. Sie spielen jetzt am Sonntag, den 3. Januar dort. Da sind wir mal gespannt. Also es ist durchaus möglich, auch wenn das echt ein Star-Ensemble ist. Auf jeder Position doppelt gut besetzt. Man muss mal sehen, wie diese Partie laufen wird. Ja, und dann gab es noch einige Spiele. Unter anderem Leverkusen bezwang Frischhoff-Göppingen. Der letzte Auswärtsgegner übrigens, die Göppinger von Buxude. Dort wurden die ersten Aufsatzpunkte von Buxude geholt. Und diese Partie konnte live bei Eurosport verfolgt werden. Buxude hat die Partie klar gewonnen. Und in der Spitze waren sage und schreibe 109.000 Zuschauer dabei. Das ist echt sagenhaft. Das hat die Frauen-Bundesliga, glaube ich, so noch nicht erlebt. Ja, also wie gesagt, Leverkusen hat Glöppingen mit 24 zu 19 besiegt. Halle-Neustadt, der Überraschungsaufsteiger, der schon überraschend starke Spiele gemacht hat. Ein 23 zu 23 gegen Blomberg-Lippe, die ebenfalls oben in der Bundesliga stehen. Auf einem Spitzenplatz Oldenburg, die mit 32 zu 23 den FSV Mainz besiegen konnten. Ja, eine Partie fiel noch aus. Neckar-Sulmen gegen den THC ebenfalls Corona-bedingt. Diese Spielabsage. Ja, in der Bundesliga-Tabelle führt Bietigheim mit 19 zu 3 Punkten. Zwei Spiele weniger gespielt hat der BVB aus Dortmund. Die haben 18 zu 0 Punkte. Ja, siebter Buxdude zurzeit, zwölfter Oldenburg. Die Luchse sind 13. Da haben aber noch drei Mannschaften zurzeit hinter sich. Ich bin mir ganz sicher, sie werden da unten rauskommen. Gerade mit der Leistung auch in der ersten Halbzeit in dem Spiel vom 30. Ja, was gibt es noch zu sagen? In der zweiten Männer-Bundesliga steht der Handballsportverein Hamburg auf Platz 1. Es wurde gespielt gegen Rimper und mit 26 zu 24 gewonnen. Direkt dahinter nach Minuspunkten ein Tick besser der VfL Gummersbach, die ja wieder ein großes Vorhaben unbedingt in die Bundesliga zurück wollen. Ob die Hamburger das wollen, das wird man sehen. Dazu werden sie sicherlich nicht äußern. Aber schon ein Riesenerfolg mit der jungen Truppe. Und die Stars sind letztendlich alle wieder weg. Die haben sie alle sehr gut abgegeben wahrscheinlich. Und diese junge Truppe leistet dort gerade Furioses. Ja, was gibt es noch zu sagen? In der zweiten Bundesliga der Frauen führt ein Verein aus Berlin, die 15 nämlich mit 19 zu 1 Punkten. Da bin ich mir ganz sicher, dass wir die Nisung in der Frauen-Bundesliga wiedersehen werden. Immer ein interessanter Name für alle Spiele. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Ich wünsche euch, wie ich eben schon sagte, ein interessantes und hoffentlich gesundes 2021. Bleibt uns bitte gewogen. Wenn ihr Lust habt, abonniert den Kanal auf YouTube oder verfolgt uns auf Facebook oder Instagram. Da würden wir uns natürlich sehr drüber freuen. Ja, und wir hoffen natürlich, dass wir demnächst auch mal wieder ein Interviewpartner haben. Aber wie gesagt, da halten wir uns ein bisschen zurück im Moment. Ansonsten bis bald. Danke, dass ihr dabei wart.